Jakob, kommst du runter? Ich liebe dich, mein Kind, Hazur. Okay, ich liebe dich. Wer ist das? Das ist der Matthias. Der war, glaube ich, vor ein paar Jahren schon mal im Zoom. Und der Wolfgang hat ihn wieder hierher gebracht. Und er ist heute wieder da. Die Kamera da noch richtig einstellen. Wir müssen dann Zoom. So? Ja. Auf ihn tippen, auf Papa, wir müssen schauen. Ein bisschen zu ihm lenken, kleine Schrift. Ja, falsch. Okay, ja. Töne, töne. Nein, immer noch. Ja. 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 2,000 Jahre ago, vor 2,000 Jahren war der Messias da, aber erst jetzt offenbart er die Sachen, die er hätte offenbaren sollen, aber jetzt ist es zu spät, jetzt glauben wir die Christen nicht mehr. Niemand wird es glauben. 2,000 Jahre später, er wollte, kannst du das zum Christentum erzielen? Kannst du das zum Christentum erzielen? Kannst du das zum Christentum erzielen? 2,000 Jahre später bittet er jetzt, kannst du das zum Christentum erzielen, oder kannst du das zum Christentum erzielen? Das selbe gilt für Mohammed. Er möchte, dass ich seinen Koran erkläre. Und soll ich deren Koran oder Bibel offenbaren, oder mich darauf fokussieren, was Gott zu mir sagt? Was sagt ihr? Ich habe die Frage schon oft gestellt. Wenn ich meine Zeit damit verbringe, ihre Bibel zu erklären, dann verschwende ich sie. Meine Zeit. Gottes Zeit. Aber trotzdem. Sie geben nicht auf. In der geistigen Welt, in keiner Dimension des Islams, glaubt irgendjemand Mohammed. In ihrer eigenen Dimension glauben ihre Anhänger nicht, was sie ihnen nun sagen. Dasselbe geht für die christischen Dimensionen. Sie glauben nicht an Jesus. Es gibt Millionen christische Dimensionen. Jesus geht dorthin. Aber sie glauben Jesus nicht. Sie drücken ihre Bibel ganz fest an sich. Ja. Und sie klopfen auf ihr Buch und sagen, das ist die ganze Wahrheit. Es ist die perfekte Wahrheit. Und so? Und das sind die Muslime genauso. In Billionen von Dimensionen. Und die Christen sagen, du möchtest zu uns reden über etwas Neutrales? Eine neue Wahrheit. Wenn ich neutrales sage, Jesus sagt, ja. Und Jesus sagt, ja. Dann fragen sie, steht das aber hier in diesem Buch? Und dann sagt Jesus, nein. Und dann sagen sie zu ihm, und deswegen bist du ein Lügner. Und du hast kein Licht. Kommst in schwarzer Trauerkleidung? Ja. Wer soll dir glauben, dass du unser Herr bist? Und dasselbe Spiel widerfährt Mohammed. Auch er muss in schwarzer Kleidung in die tiefen muslimischen Dimensionen gehen. Und sie alle halten ihren Koran an ihr Herz. Und sie heben ihre Hand und sprechen, das ist die letzte Wahrheit. Mohammed sagt, nein, 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 nein. Lasst mich euch etwas Neues erzählen. Und auch sie fragen, ist das etwas, was hier drin steht? Mohammed sagt, ich bin ein guter Weg. Und Mohammed wird sagen, ich konnte das zu meiner Zeit nicht offenbaren. Und dann sagen sie, vergiss es. Du bist nicht Mohammed. Du bist der Teufel. Auch das geschieht mit Buddha. Es passiert mit den Hindu-Gurus. Aber was die Hindu-Gurus gemacht haben, sie haben euch ein wunderschönes Menü vorgelegt. Ja, ich bin die Antwort eures Gebetes. Du hast goldenes Licht. Du hast blaues Licht. Du hast weißes Licht. Und dort. Und auch bei den Europäern. Und bei den Anhängern des Hinduismus. Wow. Sie alle klatschen vor Begeisterung. Wow. Wow. Ich bin in Gott. You are in me. Ich bin in Gott. Und Gott ist in mir. I am in Stone. Ich bin in Stein. I am in Hitler. Ich bin in Hitler. I am in Tree. Ich bin in den Bäumen. I am in Snake. Ich bin in der Schlange. Amen. Ich bin überall. When one criminal, you go and say, God is inside of you. Und wenn er ein Krimineller ist und jeder zu ihm hingeht und sagt, Gott ist auch in dir. He will say, wow. Wird er sagen, wow. God is inside of me. God is in mir. And I am a criminal. Und ich bin ein Krimineller. Er kommt und folgt mir. Gott ist doch in mir. Dann könnt ihr ein Krimineller folgen, denn Gott ist doch in allen von ihnen. Ihr geht zu Leningrad. Lenin. Lenin. Karl Marx. Hitler. Hitler. Zu jeder bösen Person, die ihr kennt, geht ihr. Und ihr werdet sagen, Gott ist in euch. Kommt und tötet Juden. Und wir werden sagen, ich habe recht. Bei der Hindu-Guru, der geistigen Welt ist es so, dass ihr den Hals so lang ist, dass ihr Kopf auf dem Boden schleift. Und jetzt frage ich noch mal, möchtet ihr einen Lehrer haben, der ehrlich, aber auch fair ist und euch trotzdem die bittere Wahrheit vermittelt? Und euch hart diese Erziehung gibt. Oder möchtet ihr einen Lehrer? Oder möchtet ihr einen Lehrer? Vor 2000 Jahren haben sie Jesus Lehrer genannt, deswegen benutze ich das hier so. Oder möchtet ihr so einen Lehrer haben? Er kommt in die Klasse, öffnet seine Bild-Zeitung und sagt zu seinen Schülern, Kommt, spielt einfach, habt euer Vergnügen, als gut. Welchen Lehrer werdet ihr am Ende mögen? Der, der euch dann durchfallen lässt, der sich nicht um euch gesorgt hat, der euch angelügt hat, oder der Lehrer, der wirklich Mühe in euch hineingeschmückt hat. Und hier sehen wir das Naturale der gefallenen Menschen. Sie wollen alle nur hören, selbst die bösesten Menschen wollen das. Ich habe diese Erfahrung gemacht. In Indien, die kriminellsten der kriminellsten, die treten unserer Bewegung bei und die fragen uns, Kannst du Gott fragen, was meine Position in den Augen Gottes ist? Stell euch das mal vor. Und was für eine Antwort erwartet er? Was für eine Antwort denkt ihr, erwartet diese Person, die mich das fragt? Er erwartet gute Neuigkeiten von mir. Wenn ich sage, nein, ich habe dich in der Hölle gesehen, dann habe ich einmal mit Kiet weniger. Am letzten Sonntag Da habe ich über etwas gesprochen, was ich in der geistigen Welt gesehen habe. Das Gebot war Eine sehr traurige, ein sehr trauriger Vortrag. So als wäre ich Gott. Ich erschaffe all diese universellen Gesetze. Ich bin derjenige, der verantwortlich ist. Und sie alle wollen etwas Schönes, Gutes von mir hören. Nein. Ich werde euch richtig erziehen. Und ich werde euch direkt erzählen, was gerade jetzt in der geistigen Welt vor sich geht. Wenn Gott mir diese Verantwortung ergeben hat, Was für eine Verantwortung erwartet dein Gott von mir? Euch anzulügen. Huh? Lie to you. Euch anzulügen. Dann kann Gott sagen, okay, You are a Messiah of Liars. And you should lie there all the time. Dann würde Gott sagen, Du bist der Messias, der Lügner. Und dann wartest du auch die ganze Zeit Lügen. Aber ich frage euch, Wird in diesem Fall das Licht in meinem Geist verbleiben? Ihr geht runter, ich gehe runter. Denkt ihr, das sind gute Botschaften für uns? Und das meine ich mit diesen Tendenzen der Menschen. Etwas Gutes für mich. Yes. Aber wenn dort nichts Gutes ist, Dann muss der Messias euch richtig bilden. Es haben mich um die 20.000 Mitglieder bereits in Europa verlassen. Selbst Hindu-Gurus kamen zu mir. Da war ich in Baden-Baden. Ich sagte zu einem Hindu-Guru, was ich über ihn gesehen hatte. Er war bekannt. Und er nahm mich zur Seite. Und er sagte zu mir, Was du zu mir gesagt hast, hat noch niemand zu mir gesagt. Es hat mich getroffen, mitten ins Herz. Denn da ist etwas in mir, was kein anderer von mir kennt. Aber du hast es mir gesagt. Aber er sagte zu mir, aber lass mich dir ein Rat geben. Wenn du möchtest, dass du auch so viele Mitglieder hast, wie ich es habe, dann darfst du der Menschheit nicht die bittere Wahrheit sagen, denn sonst werden sie dir nie zuhören. Und ich bitte dich, sag es nicht meinen Mitgliedern. Zerstöre nicht mein Geschäft. Seht ihr das? Aber wenn wir in die geistige Welt gehen, und ihr dann Gottes Messias sehen, der Mann, der Gottes Herz genannt wird, und selbst er 30 Masken vor sein Gesicht hängen hat, denkt ihr, dass Gott so ein Messias willkommen heißen wird? 30 Masken, um für jedes meiner Mitglieder die richtige Lüge zu finden. Aber in der geistigen Welt wird jede Maske, die ihr habt, feilen. Euer wahres Gesicht wird sich dort zeigen. Und in diesen Momenten haben wir die größten Probleme. Der Geist, ja, der Geist ist nackt. Und was ich heute offenbare möchte, ist etwas, worum ich Jesus immer und immer und immer wieder gefragt hat, dass ich das offenbare. Die ganze Woche kam er zu mir. Die Engel kamen zu mir. Du musst es sagen. Die gefallenen Engel kamen zu mir. Die, die kein Licht haben, aber die, die eine Klarheit in ihrem Geist besitzen. Und sie sagen, wegen dieser Menschheit sind wir gefallen. Du musst das offenbaren. Und es ist etwas wirklich Unglaubliches. Und Satan kam zu mir und sagte, du musst die gesamte Wahrheit offenbaren. Und deswegen sagen die Muslime und die Christen, schau, Satan arbeitet auch mit ihm. Wir haben doch schon vorher gesagt, dass er durch Satan inspiriert ist. Aber es tut mir leid, Christen. Vor 2000 Jahren vor 2000 Jahren haben die Juden dasselbe über Jesus gesagt, was ihr heute über mich sagt. Sie sagten, Satan arbeitet mit dir, Jesus. Was bedeutet? Ich sah etwas, was ich mit euch teilen wollte. Und sie sagten auch zu mir, du musst das teilen. Mein erster Gedanke war, das als eine Geschichte aufzuschreiben, es unter die anderen 300 zu mischen, die ihr erst in 20 Jahren hören werdet, und dann tot sein werden und ihr gar nichts mehr zu mir sagen könnt. 20 Jahre sind vorbei, hört sich doch sowieso niemand von euch an. Er kommt sowieso nicht jede Woche. Sie kommen sowieso immer, wann sie es möchten. Also verstecke es unter den 300 Geschichten und vergiss es. Und sag zu Gott, es tut mir leid, ich habe zu viel Arbeit, ich habe nur zwei Leute. Und wenn Gott zu mir sagt, du hast doch so viele Leute, wo waren die denn? Was denkst du, was soll ich dann zu Gott sagen? Ihr seid doch alle clevere Leute. Wir haben aus Indien clevere Leute. Ihr alle seid so clever. Selbst die Leute ihre Bilder auch sagen, ihr seid so clever. Könnt ihr mir vielleicht einen Tipp geben? So viel aus Australien, Amerika, wo auch immer her, zeigt doch euer Gesicht. Nein, 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 da wollen wir nicht assoziiert werden. Gib mir einen Ratschlag. Was soll ich denn zu Gott sagen? Nur dieses Jahr alleine. Alleine dieses Jahr sind dreieinhalb tausend Leute aus Asien, der Einweltfamilie beigetreten. Nur dieses Jahr. Das stimmt das, das Attar. Das ist richtig. Das ist richtig, Attar. Ja. Nur ein Jahr. Nur ein Jahr. So viele tausend überall auf der Welt. Wo sind sie? Entscheint nicht hier. Gott, das tut mir wirklich leid. Ich habe unter diese 300 Geschichten meine neue Reise verstellt. Und Gott würdest du mir sagen, überall auf der Welt hast du doch so viele Leute. Wo waren sie? Gott, nur zwei, drei Leute haben das auch geschrieben. Aber wo waren die anderen Leute? You are very intelligent, Leute. Schlau Kopf, Herr. Was soll die Antwort geben zu Gott? Ihr seid doch alle so schlau. Was soll ich Gott dann antworten? Was soll ich Gott für eine Antwort geben? Nein, niemand von euch hat eine Antwort. Was willst du Antwort geben? Ich will gar nichts. Was? Hast du? Meine Anwalt. Anwalt. Ich vergeteide meinen Mandanten. Was soll ich Gott sagen? Hartmut meldet sich. Ja. Er muss so. Du kannst Gott eigentlich nur die Wahrheit sagen, die er auch hier sieht. Daraus ergibt sich natürlich eine Frage. Warum ist das so? Ja. Er ist in die Anwalt. Ja, ihm. Gott fragt sie, warum ist das so? Er fragt sie, warum ist das so? Frag sie, geh runter, frag deine Mitglieder. Warum fragst du mich so etwas? Nein, die Frage, bitte an Gott weiterreichen. Warum ist das so? Du hast ja alles, was du tun kannst. Das ist unzweifelhaft. Das tust du ja jeden Tag. Okay. Die nächste Geschichte, die ich erzähle, die hat etwas mit dieser Antwort zu tun. Und ich komme genau zu diesem Punkt. Und ihr werdet überrascht sein. Gott kam nicht zu diesem Punkt, um mich das zu fragen. Nein, ich kam zu Gott und Gott wollte mich nicht treffen. Und diese Geschichte beginnt jetzt dort, worauf Hartmut die Antwort haben möchte. Jesus sprach in Galiläa. Und ich komme nun zu dieser Antwort. Und er sagte, Das war einer dieser Leute aus Kaffronau. Das ist das, was Jesus zu mir jetzt sprach. Und er öffnet seine Symbole. Und ihr werdet gerichtet. Okay. Viele Leute haben ihn dort gehasst. Niemand wollte ihm zuhören. Später, die zwölf Mitglieder von Jesus, fragten ihn, deine Mutter gehört doch auch zu ihnen. In dieses Land. Deine Geschwister, deine Schwester und deine Brüder auch. Und sie sagt nun, wir, wir doch auch, Jesus. Kommen wir auch alle in die Hölle? Und du wirst auch dort sein. Weil du wurdest in Jerusalem geboren. Ich öffne dieses Symbol 2000 Jahre später. Die bittere Wahrheit. Soll ich noch ein Buch schreiben? Wieder? Die bittere Wahrheit? Nein. Nein. Das reicht ja. Was denkt ihr, was für eine Antwort hat Jesus gegeben? Lass uns mal eure geistigen Muskeln sehen. Hartmut? Du hast die Hand oben. Okay, nicht mehr. Lass mich mal eure geistigen Muskeln sehen. Okay, er sagte das zu den Leuten, die außerhalb standen, aber die innerhalb haben diese Frage gestellt. Als die Öffentlichkeit weg war. Lass mich eure geistigen Muskeln mal sehen. Was für eine Antwort hat Jesus gegeben? Ich wünsche mir, dass er eines Tages sich selber euch einzeigt. Sein Gesicht. Warum nur ein? Warum nur zwei? Warum nur drei? Sander, Wolfgang oder ihm. Er sollte sich jedem zeigen. Er sollte auch dem Christentum dieses Gesicht zeigen. Und dann möchte ich sehen, wie sehr sie ihn lieben werden. Was für eine Antwort hat Jesus gegeben? Ich kann mir vorstellen, dass er gesagt hat, ja, ihr werdet alle da sein oder wir werden alle da sein, weil niemand von euch mir gefolgt ist. Nein, er hat diese Antwort nicht gegeben. Nein, er hat diese Antwort nicht gegeben. Er hat die Antwort nicht gegeben. Er ist stehen geblieben. Er hat gar keine Antwort gegeben. Also, was nennt ihr das? Was nennt ihr das? Weisheit? Schlauheit? Intelligenz? Was werdet ihr dieses Schweigen interpretieren? Also, gib mir die Antwort. Gib mir die Antwort. Wir sitzen alle in einem Zug hier. Wir sitzen ja alle in einem Zug, in einem Boot. Ja. Was er der Feige gewesen ist. Sie sagte Feigheit. Oh, ja. Being coward. Coward. Cowardness. Feige. Afraid. You know? She say afraid. No, afraid is not the... Is it the same? Wenn man sich nicht traut. Fear, you know? When you don't trust. No, it doesn't. If you have no confidence and you don't believe that you can do something, then you are a coward. You know? Angsthaser. Aha, Angsthaser. Fear. Vielleicht hat er sich betroffen gefühlt. Vielleicht hat er sich betroffen gefühlt. What is betroffen? Very German answer. Oh. A little bit shame. Wenn er sich jemand ins Feuer stellt, werdet ihr euch dann noch schämen? Jemand grält euch noch. Erstes Gefühl ist Betroffenheit. Und ihr werdet sagen, ich schäme mich, die Wahrheit zu sagen. Das ist ein sehr schwieriger deutscher Satz. Was ist das? Betroffen. Betroffen. Vielleicht war es ja auch Kalkulation. Also wie der Hindu-Guru gesagt hat. Also wenn Jesus jetzt die volle Wahrheit, die bittere Wahrheit gesagt hätte, wären seine paar Jünger vielleicht dann auch weggegangen, hätten ihn verlassen. Okay. I want to know this. Emi. 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 Emi, I put in the head first. Schweigen ist Zeichen der Bestätigung. Mit diesem Schweigen hat er bestätigt, dass die auch in die Hölle gehen werden. He said, if you don't say anything, then that means you are right. So he said, yeah, you will also go to hell with this Schweigen. Okay. I think it's our heart mood. Unser heart mood. Ja, vielleicht war es einfach ein Stück Ratlosigkeit. Er wusste nicht mehr weiter. He didn't know further. He didn't know what to do. No, er hat er gewusst. Er war sehr delikat. Nee, nee, er hat gewusst, was er macht. Er war sehr intelligent. Nee, nee, er hat gewusst, was er macht. Dieser Mann ist ein Schlagwärter. Sometimes people need so much to explain in two sentences, he could explain. Jesus war ein Mann, der war unglaublich schlagfertig. Was er in zwei Sätzen ausdrücken konnte, brauchte manche zwei Buchbänder. Aber Heike hatte recht. Sie hat die richtige Antwort gegeben. Es haben viele Mitglieder Jesus verlassen. Und er blieb still, weil er wusste, wenn ich jetzt ihm das sage, werden sie mich auch verlassen, mich zu früh verlassen. Zu früh, ja. Sie würden ihn sowieso verlassen. Aber sie hätten ihn dann noch früher verlassen. Seht ihr das? Wie Emi gesagt hat, Wenn jemand keine Antwort gibt, dann bedeutet das, wie Emi gesagt hat, die Frage, die er gestellt hat, darauf die Antwort ist ja. Ja. Und jetzt, 2000 Jahre später, bittet mich Jesus, dass ich sprechen muss. Er blieb still. Und er wollte, dass ich spreche. Und ich soll jetzt erklären, was er vor 2000 Jahren nicht erklärt hat. Und ich sagte, Jesus, du kamst letztes Mal, fünf Mal zu mir letzte Woche. Du hast die Engel mit dir gebracht. Und ihr alle sagt, offenbare das jetzt. Die gefahrenen Erzengel kamen. Und sie sagten, das musst du jetzt sagen. Wenn ihr in diesem Gebäude seid, und dieses Gebäude einstürzt, wenn dieses Gebäude einstürzt, und ich da drinnen bin, was wird mit mir passieren? Könnt ihr euch das vorstellen? Ich bin auch in diesem Gebäude. Sie alle sind aber doch schon längst raus aus diesem Gebäude und sagen jetzt zu mir, und dass dieses Gebäude auf mich einstürzen soll. Seht ihr das? Es ist sehr einfach, der Schauspieler für die Situation eines anderen zu werden. Ja, für die Situation eines anderen. 100 Leute. Ja? Anyway. Trotzdem. Sie sagten, du kannst es trotzdem offen machen, weil auf der Erde hast du sowieso keine Freunde. Und niemand mag dich irgendwo in der geistigen Welt oder auf Erden. Also, du hast nichts zu verlieren. Ja. Und sind wir mal ganz ehrlich, selbst wir mögen dich nicht. Mohammed mag dich nicht. Ich mag dich nicht. Wer mag dich? Du verlierst doch nichts. Also erzähl es. 20.000 Mitglieder in Europa, 80.000, 90.000 Mitglieder in Indien, die du verloren hast. Wenn du sie jetzt nochmal verlierst, was macht das noch? Ja. Das ist der tiefste Punkt und mehr kannst du nicht untergehen. Ja. Man sagt nur, du bist bereits am tiefsten Punkt, du hast nichts mehr zu verlieren, also... Ja. Von da kannst du nur hochkommen. Von dort gehst du nur noch bergauf. Du kannst nichts mehr verlieren. Ja. Tell. Sag es. Ja. Okay. Das ist ein gutes Argument. Und ich sage dir, ja, okay, das ist ein gutes Argument. Ich habe gewonnen, ich habe verloren. Nein, sie haben gewonnen. Ja, ihr habt gewonnen. Ja, ihr seid schon aus diesen Gebäuden raus. Ich bin drin. Ja. Und dann, wisst ihr, was sie jetzt dann zu mir gesagt hat? Wenn du in Amerika sprichst, bitte sprich diplomatisch. Jesus sagte zu mir, aber wenn du in Amerika bist, bitte sprich diplomatisch. Nachdem habe ich erst mal eine Pulsierablete genommen. Hochdrucktablete genommen? Ich spreche diplomatisch. Ich spreche diplomatisch. Habt ihr das jemals bei mir gesehen, dass ich diplomatisch bin? Wenn diese Leute, viele Leute kommen, dann werden sie in diesem Zwei-Stunden-Vortrag etwas hören, was sie noch nie gehört haben. in der gesamten Geschichte ihres Landes. Über Jesus. Pass auf. Wenn sie mich nicht beißen können wie Hunde, werden sie sich selber beißen. Und dort werde ich diplomatisch sprechen. Da soll ich Jesus respektieren. Nein. 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 Wenn ich spreche, habe ich die bittere Wahrheit in meiner Hand. Das verspreche ich euch. Okay, wenn ihr es wollt, dann spreche ich. Ja. Aber ihr wird meine Mitglieder verletzen. Ja. Ja. Jesus sagt, egal. Du verletzt doch deine Mitglieder sowieso. Du denkst doch sowieso nicht nach, wenn du redest. Du machst den Mund auf und es sprudelt raus, wie aus einem Wasserfall. Und dann später denkst du drüber nach, was du gesagt hast. Ja. Die Weisheit hat sich noch nicht mal in deine Nähe getraut. Du sprichst einfach. Also niemand mag dich. Also was stört es an dich noch mal? Niemand mag. Er sagte, okay. Ich erzähl's. Aber wenn ich die Möglichkeit bekomme, in New York zu sprechen, in New Jersey, in Washington D.C., in Philadelphia, in Washington Street, ich schwöre zu Gott, Jesus, Ich schwöre dir, Jesus, ich werde so mit ihnen sprechen, dass die Christen sich entweder selbst umbringen oder mich umbringen. Das macht er dann nicht mehr. Aber er mag mich ja sowieso nicht. Er mag mich. Er mag mich, wenn ich Wahrheit über meine Mitglieder sage. Und nachdem ich meinen Vortrag beende, dann sagen sie, was ein hoffnungsloser Vortrag. Was ein hoffnungsloser Vortrag war heute. Holt Moses zurück. Er soll sprechen. Wie jemand anderes, bitte. Jemand hat mir mal geschrieben, wenn Moses spricht. Oh, we like very much. Wenn Moses spricht, das gefällt mir immer so sehr. Wenn you come to speak. Aber wenn du kommst, um zu sprechen. Nee, we don't like to hear your lecture. Nee, dein Vorpreis wollen wir ehrlich gesagt nicht. Ja. Er ist so schwer. Er ist so schwer. Die Ärzte würden sagen, ihr müsst jetzt Antibiotika nehmen. Ihr müsst das jetzt machen, um gesund zu werden. Und dann geht ihr zu einem anderen Arzt. Und er wird sagen, was möchtest du? Und der Patient wird sagen, Schokolade, die mag ich sehr. Und dann sagt er, vergiss Antibiotika. Esst eine Tafel Schokolade. Welchen Arzt werdet ihr mögen? Der, der euch Schokolade gibt? Oder der, der euch fragt, was mögt ihr? Denn ihr seid krank, ihr habt Fieber, ihr braucht Antibiotika. Und er wird euch fragen, was möchtet ihr? Ich möchte ein Bierchen. Und zwei Bierchen wären noch besser. Trink und stirb einmal, ja? Aber lass mich bitte in Ruhe. Welchen Arzt werdet ihr mögen? Aber wenn ich über meine Mitglieder die Wahrheit sage, aber nicht die Wahrheit über Mohammed. Nicht über Jesus. Nicht über irgendetwas anderes. Also hört genau zu, was passiert ist. Er sagt, oh Jerusalem, oh Galiläa, oh Kafrunam, oh Kafrunam. Und ihr Juden, ihr alle kommt in die Hölle, um gerichtet zu werden. Oh, hat der mit Blut gebrodelt. Aber als er nach Hause kam, da sagte Mutter Maria zu ihm, werde ich auch in der Hölle sein, Jesus? Werden deine Geschwister auch in der Hölle sein? Und auch die zwölf Mitglieder fragten ihn, werden wir auch in der Hölle sein? Wir sind doch auch alle Teil der Juden. Und dann gab Jesus keine Antwort. Er sagte, für mich ist es Zeit, jetzt zu beten. Ich muss auf den Berg gehen. Er hat seine eigene Haut gerettet. Er hat seine eigene Haut gerettet. Mohammed auch. Er hat die Antwort ignoriert. Aber jetzt fragen Sie mich bitte, sag du jetzt die Antwort. Aber lass mich Ihre Antworten erst geben. Die Juden sind in die Hölle gegangen, um gerichtet zu werden. Mutter Maria ist in die Hölle gegangen, um dort gerichtet zu werden. Und von seinen Geschwistern müssen wir erst gar nicht anfangen. Auch sie sind in die Hölle gegangen. Und ihr könnt alle meine Bücher lesen. Kein Mitglied ist mit Jesus im Paradies. Sie alle sind getrennt. Sie werden sortiert. In die unterschiedlichen Dimensionen der geistigen Welt. Und jetzt ist Jesus übrig geblieben. Und Jesus ist auch in der Hölle. Von Dimension zu Dimension, zu Dimension, zu Dimension, zu Dimension. Unglaublich erschöpft. Wenn er zurück ins Paradies kommt. Wisst ihr, was er fühlt? Wie eine Kur, die er jetzt dort hat. Ihr wisst doch alle eure Kur. Ein Monat Wellness. Machen Sie Atmungstherapie. Wir machen jetzt alle Atmungstherapie. Atmungstherapie beginnt. Und die Atmungstherapie beginnt. Und während er seine Atmungstherapie macht. Engel sagt, time is over. You have to go down again. Zeit ist vorbei, meine drei Monate. Ja. Komm, lass uns wieder gehen. Ein Mann, er hat zwei Städte. Ein Mann, er hat zwei Staatsbürgerschaften. Eine Staatsbürgerschaft hat er in Indien, eine hat er in Deutschland. Und die Engel sagten zu ihm, du musst sowieso in die Hölle, aber du darfst es dir auswählen. Willst du in die deutsche Hölle oder in die indische Hölle? Und er fragte sie, kann ich einmal schauen? Und er sagte, ja. Du kannst gerne schauen. Und er sah, dass die Leute runtergingen. Panik, Angst, Angst, sie riefen nach Hilfe. Und er sagte, dann schreckt mir bitte die deutsche Hölle. Die deutsche Hölle möchte ich auch sehen. Er hat gesehen, wie die Leute bis hier in dunklen Schmutz und dunklen Zement festgesteckt haben. Bis hin zur Prost. Aber sie essen Eiscreme. Und er sagte, wow. Die deutsche Hölle ist besser. Sehr gut. Ja, sie sind bis hierhin festgegraben, aber sie können wenigstens Eis essen. Und er sagte, ich möchte nicht in die indische Hölle, ich möchte in die deutsche Hölle. Er sagt, du musst eine Entscheidung treffen. Ja, ich habe die Entscheidung getroffen. Bis hierhin steckst du in die Hölle, aber hier kriege ich Eiscreme. Also er hat sich für die deutsche Hölle entschieden. Okay. Okay. Zwei Minuten später. Angels sagen, die Pause ist vorbei. Kopf ist unter, Fuß ist hoch. Und jetzt bevor ich Jesus die Antwort gebe. Es gab wieder ein Inder mit zwei Staatsbürgerschaften. Auch er musste in die Hölle gehen. Aber er fragte, kann ich schauen? Und sie sagten, ja. Die deutsche Hölle. Alles war in Ordnung. Alles war vorbereitet für die Bestrafung. Und er sagt, zeig mir die indische Hölle. Sie sagten, hier gibt es dieselbe Strafe. Aber er fragte, was ist der Unterschied? Ich habe zwei Staatsbürgerschaften. In der deutschen Hölle. Da wird er aus so einem Holz aufgestriegelt. Und dann wird er aufgenagelt. Und dann werden sie an Seilen festgemacht. Und sie lassen ihn in diese dunklen Dimensionen hängen. Und in der indischen Hölle ist genau dasselbe. Und er fragte, was ist der Unterschied? Wer hat den Unterschied, dass in der deutschen Hölle alles in Ordnung ist? In der indischen Hölle. Manchmal ist das Holz nicht da. Manchmal sind die Nägel nicht da. Manchmal ist der Strom nicht da. Manchmal sind die Engel nicht da. Und er sagt, ja, schick mich dann doch in die indische Hölle. Das ist viel besser. Weil wenn die Unterlagen nicht da sind, können sie auch nichts machen. Jesus kam also kurzzeitig hoch wieder in die Paradies. Und nach ganz, ganz kurzer Zeit ist er direkt wieder runter. Hätte er diese Wahrheit vor 2000 Jahren offenbart, was für ein Desaster hätte dann stattgefunden? Was denkst du für ein Desaster wäre es gewesen? Und jetzt kommt dasselbe zu mir. Und die Antwort, die Hartmut, auf die Art Frage, die Hartmut mir gestellt hat. Die Engel kam. Wir müssen dir im Paradies dein Seminarzentrum zeigen. Willkommen. Willkommen. Heißt du dort willkommen? Bitte, sei willkommen. Die Blauenwesen sind auch dort. Ich schlug vertikal dort hoch. Und durch jedes Paradies, durch das Paradies, durch das ich geflogen bin. Dann sah ich ein Seminarzentrum. Und das Besondere war, um jedes dieser Seminarzentren war der Frühling so viel schöner, als im eigentlichen Paradies. Und ich war sehr glücklich. Wow. Wow. Und dann zeigten sie mir tausende Seminarzentren im Paradies und ich wurde mystisch. Aber was mich störte war, es kamen Millionen Leute, aber kein einziger meiner Mitglieder war darunter. Und diese farbenprächtigen Bälle, die aus den verschiedensten Dimensionen kamen, um mir zuzuhören, scheinten. Aber das Einzige, was mich interessierte, war meine Mitglieder, den ich suchte. Und in der geistigen Welt kommt aus meinen Augen kristallblaues Licht. Und mit diesen kann ich ganz klar erkennen, wer wer ist. Und ich sprach zu dem blauen Wesen und dem goldenen Wesen. Und ich sagte zu ihnen, ja, aber wo sind meine Mitglieder in diesen tausend Seminarzentren, die ihr mir gezeigt habt? Die sind lauter Fremde. Aber wo sind meine Mitglieder? Ich offenbare es euch jetzt. Ich möchte es euch 2000 Jahre später offenbaren. Ja, ich schreibe diese Geschichte auf. Ja, aber 20 Jahre später werdet ihr sie erst lesen. Aber ihr könnt jetzt gar nichts mehr sagen, weil ich offenbare es euch jetzt. Und vertraut mir, im Seminar offenbare ich euch noch mehr. Sonntag. Es kommt nicht darauf an, wer von euch kommt, aber ich werde es trotzdem offenbaren. Und die Engel sagt, wir sind doch gerade erst auf die Erde gekommen, um dieses Umfeld zu ändern. Und sie haben mich zueinander zugespielt, als wäre ich ein Fußball. Und die Engel sagten, Wir sagten, wir können dir jetzt sagen, wo deine Mitglieder sind, du kannst sogar selbst hingehen. Und ich fragte sie, ihr wollt nicht da hingehen? Und sie sagten es mir, nein, wir wollen da nicht hingehen. Und was jetzt mit Jesus und Mohammed passiert ist, passiert mit mir. Aber ich warte sicher keine 2.000 Jahre. Und ich spreche jetzt, und ich werde nächste Woche am Edersee sprechen. Und wenn keiner von euch kommt, dann spreche ich halt eben mit den Wänden. Ich spreche mit leeren Wänden. Und wenn die Wände nicht zuhören wollen, drehe ich mich zu Gottes Bild. Und ich werde sprechen. Ansonsten, die Geschichte des Königreichs Gottes wird mich nicht vergessen. Ich bin runtergegangen. Das Urteil wird dort gerade versprochen. Für jedes meiner Mitglieder. Seitdem ich meine Mission begonnen habe. Bis heute. Die bittere Wahrheit. Ich selbst bin nicht glücklich, dass ich das offenbaren muss. Aber Prophet Atta, soll ich die Klappe halten oder soll ich sprechen? You should share everything, Azul. Otherwise, I will live. Jesus sagte, 2000 Jahre alt, I will live very bank in the spiritual world. Und Jesus sagte, seit 2000 Jahren lebe ich sehr eng in der geistigen Welt. Sehr bedrängt. Und ich sagte, was macht ihr da? Das sind meine Mitglieder. Und das Urteil wird dort gerade von den gefallenen Engeln gemacht. Ich weiß nicht, wann ihr der Mission beigetreten seid. Und wo ihr euer Leben verbracht habt. Vorher. Vorher. Ja. Judgment going on. Ja, das Urteil geht dort gerade. Und die gefallenen Engel haben gesagt, Menschheit sind der Grund, dass wir unser Licht verloren haben. Die Christen wurden dort gerichtet. Die Muslime. Jeder. Und jetzt kommt mein Zug. Und ich konnte mir die blauen Wesen dort nicht anschauen und die goldenen sind nie mit mir dort hingegangen. Ich bin alleine dort. Und die gefallenen Engel sagten zu mir, die stehen unter unserem Gericht. Hast du ein Problem damit? Wenn du ein Problem damit hast, dann geh doch zu den Engeln. Und wenn die Engel dir nicht antworten wollen, dann geh doch zu den höchsten Erzengeln. Und wenn sie dir nicht antworten können, dann geh zu den goldenen und blauen Himmeln. Und wenn sie nicht in der Lage sind, dir zu helfen, dann geh doch zu Gott. Wissen Sie, warum ich all diese Sachen sage? Dass ich nicht überrascht sein, wenn die geistige Welt geht. Jetzt, jetzt habt ihr Zeit. Checkt eure Zeit. Und jetzt überprüft mal eure Zeit. Stealt eure Zeit. Klaut eure Zeit. Für Gott. Für Gott. Dann wird diese Zeit. Diese wird euch frei in der geistigen Welt machen. Aber wenn ihr hier Ausreden sucht. Dass ihr andere Gründe hattet. Dann wird euch diese Zeit wie eine Fußfessel nach unten ziehen. Ich liebe Gott. Ja, ich gehe zu Gott. Und die neunsten Wesen saßen dort. Und ich fragte sie, wisst ihr, wann Gott kommt? Und sie sagten, wissen wir nicht. Und sie fragten mich, sollen wir dir helfen? Und ich hatte meine Situation erklärt. Sie sagten es mir, lass uns dir ein Rat geben. Rede nicht über dieses Thema mit Gott. Nicht, dass Gott dich auch noch abschneidet. Das ist bereits passiert. Mit Jesus. Mohammed. Als sie zu Gott wegen diesem Thema hinging, hat Gott sie abgeschnitten. Kein Kontakt mehr. Besser macht es also mich. Das ist unser Ratschlag an dich. Denkt ihr, sie haben mir einen guten Ratschlag gegeben? Oder sollte ich weiterhin arrogant bleiben? Ich möchte Gott haben. Ich bin auch Gottes Herr. Der Gründer der Liebe. Gott sagte zu mir, wenn nichts funktioniert, dann nimm den Ratschlag der neunsten Wesen an. Und sie haben mir den korrekten Ratschlag gegeben. Ich ging zurück. In diesen tausend Seminarzentrum, die ich jetzt habe. Das ist kein einziges meiner Mitglieder. Aber dort sind Fremde. Und ich ging zurück. Wieder. Und ich habe nun den Gerichtsprozess jeder meiner Mitglieder zugehört. Kennt ihr das? Wenn ein Gerichtsprozess stattfindet, dann könnt ihr als Zuschauer dort in die Zuschauerränge gehen und zuhören. Kasjana, kannst du es erklären? Also ins Gericht kann man immer reingehen. Und je nachdem, welchem Gericht ihr seid, gibt es dann hinten so Plätze, da könnt ihr euch reinsetzen und zuhören. Und ich habe mich dort hingesetzt. Und ich höre diesen Prozess zu. Und als ich diesen Prozess zuhörte, wurde ich selber sprachlos. Ich weiß nicht. Ich bin aufgestanden und rausgegangen. Hilflos. Und ich habe ihnen so viele gute Nachrichten gegeben, aber jetzt muss ich ihnen das sagen, das ist, was Jesus von mir wollte, dass ich das euch erzähle. Und sie sagten, und die Wesen dort zu mir sagten, der nächste Termin für den Gerichtsprozess deiner Mitglieder ist in 500, 600, 700 Jahren, dann kannst du wiederkommen. Was fühle ich jetzt? Werdet ihr dort fühlen? Ich habe diesen Schmerz jetzt. Ihr werdet ihn aber später haben. Aber zu dieser Zeit, Aber in diesem Moment lebt der Messias und ihr nehmt. Ihr könnt eure Bestimmung ändern und ich kann meine Bestimmung ändern. Ihr könnt meine Familie fragen, wenn ihr denkt, dass ich euch anlüge. Für mich gibt es nichts, was wichtig ist, außer Gott und die Zeit. Ihr könnt sie fragen. Manchmal ist meine Frau unglücklich. Manchmal sind meine Kinder unglücklich. Niemand ist glücklich. Aber Gott ist glücklich mit mir. Und die Zeit ist glücklich mit mir. Und das ist, was ich möchte. Wir sind nicht 2000 Jahre zurück in der Geschichte. Ihr lebt mit eurem Körper hier und jetzt. Es ist einfach zu sagen, ich liebe Gott. Aber dann, wenn dann die Zeit kommt und mir tausend verschiedene Gründe gibt, warum ihr etwas nicht tun konnte. Und ich sage das auch zu meiner Familie. Und ich sagte das zu meiner Familie. Den einzigen Grund, den ich akzeptiere, ist, wenn ihr gerade am Sterben im Krankenhaus liegt. Ansonsten kommt ihr mit mir. Ihr kommt mit mir auf die Straße. Ihr kommt mit mir zu den Seminaren. Und ihr kommt überall mit mir, wo ich etwas für den Wegen Gottes tue. Das ist sehr klar. Ich habe einmal einen Vortrag gehalten. Ich hatte ein Restaurant gehalten. Und ich sagte zu Micky in diesem Restaurant, ihr müsst mit mir kommen. Aber wer leitet ein Restaurant, wer macht das Essen? Und dann bin ich ganz alleine. Wenn du uns mitnimmst. Und ich habe gesagt, schließt das verdammte Restaurant. Ich möchte das nicht. Oh, das Geschäft wird in die Brüche gehen. Dann lass das Geschäft in die Brüche gehen. Es gibt keine Ausreden. Das ist die, wie ich lebe. So lebe ich. Und sollte der Messias nach eurem Standard oder nach Gottes Standard leben? Die Geschichte schaut mir zu. Im Königreich Gottes werden die Söhne und Töchter mit den höchsten Standard kommen. Und wer wird für sie das Vorbild sein? Ich werde das Vorbild sein. Und sie haben mir diese Liste gegeben. Sein nächster Prozess ist in 600 Jahren. Als Erdglück, sein nächster Prozess in 350 Jahren. 350, ja. Und der muss in 700 Jahren wieder kommen. Und sie haben mir alle diese Akten gegeben. Als Geschenk. So, jetzt kannst du gehen. Und fragte die Gefallenden Engel. Gibt es hier eine Ausnahme? Und sie sagen, möchtest du mit uns Kompromisse eingehen? Dann können wir auch Ausnahmen machen. Weißt du, was ein Kompromiss ist? Wenn du mit uns kompromissierst, unsere bösen Geister kommen dann auch in die Seminarzentren in den Paradisen. Unser Gefallenden Engel werden auch kommen. Möchtest du mit uns Kompromiss eingehen? Soll ich jetzt meine Seminarzentren in der geistigen Welt mit bösen Geistern füllen? Mohammed hat das gemacht. Jesus hat das gemacht. Buddha hat das gemacht. Die Hindus haben das gemacht. Diese Paradiese sehen heute wie die Hölle aus. Und so kam ich als trauriger Mann zurück. Er sagt, komm, 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 komm. Wir machen ein kleines Kompromiss. Okay, wir nehmen uns böse Geister nicht mit in deine Paradiese. Du musst uns nicht mitnehmen. Du bist Gottes Herz. Du bist doch so besonders. Vielleicht wirst du doch bedingungslos an uns denken. Zwei Leute kannst du mitnehmen. Nur zwei Leute? Über auf der Welt habe ich doch 100.000 Mitglieder gehabt, seitdem ich meine Mission begonnen habe. Sag mir, ja, zwei Leute. Ich sagte, warte mal, warte mal, warte mal. Warte, 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 ich komme zurück. Ich ging wieder zurück. Ich sagte, vielleicht werde ich Gott treffen. Und ich sagte, warte mal, warte mal, warte mal. Ich komme gleich zurück. Ich gehe noch mal kurz zurück. Und ich dachte, vielleicht treffe ich Gott ja jetzt. Aber Gott war nicht da. Aber wieder die 19 Wesen waren dort. Und sie fragten mich, was ist jetzt? Und ich habe mir die ganze Situation wiedererzählt. Sie sagten, okay, sie geben dir bedingungslos zwei Personen mit. Und sie fragten mich, welche zwei Leute willst du nehmen? Ich habe gesagt, ich kann das nicht auswählen. Ich liebe jedes meiner Mitglieder. Selbst als sie mich verlassen haben, das interessiert mich nicht. Es spielt keine Rolle. Aber ich spüre trotzdem ihren Schmerz. Viele von ihnen sind fünf Jahre, sechs Jahre oder sieben Jahre mit mir gegangen, bevor sie mich verlassen haben. Und sie sagten, wir geben dir keinen Ratschlag. Gehe dort hin und frag sie. Und auch sie wollten mir keinen Ratschlag geben. Die klamen Wesen wollten mir keinen Ratschlag geben. Die Engel wollten mir keinen Ratschlag geben. Und ich sagte zum gefallenen Engel, ihr gebt mir den Ratschlag, weil ich fühle den Schmerz für jeden. Die sagten mir, okay, lass uns dir einen Ratschlag geben. Mach eine Lotterie. Könnt ihr das glauben? Am Ende spielen wir einen Lotto, wer mit darf. Lotto. Lotto oder Lotterie? Es kommt dasselbe hinaus. Ja. Wir ziehen Kügelchen. Und ich sagte, aber das ist nicht gerecht. Denn es gibt viele Leute, die viel für Gott tun hier und viel für Gott arbeiten. Die sagten, mach nur, los ist aus. Denn dein Gott gibt dir keinen Ratschlag. Die 19 Wesen geben dir keinen Ratschlag. Die Engel geben dir keinen Ratschlag. Deine Schöpfung gibt dir keinen Ratschlag. Und sie sagten, tatsächlich sind wir hier deine Freunde. Wir geben dir zwei Leute bedingungslos. Und ich hoffe, dass du kein Herzloser bist, der Gott repräsentiert. Dass du nicht gewissenslos bist. Ich hoffe, dass du auch eines Tages über uns denkst. An uns denkst. Dann sag ich, okay, los ist aus. Okay. Jetzt sag ich euch, was passiert ist in diesem Lotto. Not. This is very interesting. That's too much or shall I continue? Es ist zu viel, soll ich weitermachen? How many people want I continue? Wie viele wollen das ich weitermachen? How much want I should continue seminar? Next weekend. Okay, I continue. Because seminar I have to speak many other things. Okay, ich mach weiter, denn im Seminar, wo ich euch viele andere Sachen spreche. Zwei Leute wurden gezogen. Seitdem ich meine Mission begonnen habe, bis heute. Ich war schockiert. Because I was expecting something more. Denn ich habe mehr erwartet. Ich kenne Leute, die sind für mich gestorben. Und wisst ihr, welche zwei Leute, welchen Namen da kamen? Ich fragte die gefallenen Engel, ist das gerecht? Und sie sagten, nein, das ist nicht gerecht. Ich gebe euch eine Wahl, ein Lotto zu machen. Und diese zwei Leute, die Namen, die ich gezogen habe, ich war schockiert. Denn all die Leute, die so besonders waren, sie waren nicht dort. Aber das waren die richtigen Leute. Und diese gefallenen Engel bereiteten mir Schmerz. So viel Schmerz haben sie mir zubereitet, dafür. Wisst ihr, wessen Name kam? Ihr wollt es bestimmt wissen, wer gezogen wurde. Und hier beginnt der Höhepunkt dieser Lotterie. Hört genau das so. Jedes Mal, wenn ich von meinen geistigen Reisen zurückkomme, nachts werden meine Nächte zu schlaflosen Nächten. Schlaflose Nächte. So viele Reisen. Was soll ich alles aufschreiben? Was soll ich nicht aufschreiben? Es ist schmerzhaft. Ich sagte, okay. Wir haben die Namen gezogen, wir nehmen die. Christa. Und wie habe ich sie mitgenommen? Ja, unter die Arme gepackt und mitgenommen. Los geflogen. Und sie haben einen Film mit mir gedreht. Wie in Bollywood und Hollywood. Sie wollten sehen. Ich sagte, Christa, du kommst unter dem Arm und Julian, du kommst unter den Arm. In der rechten Hand hast du mehr Kraft, Julian, du verstehst. Also normalerweise. Er sagte, Christa, du links, Julian, du rechts. Und hier ist Christa. Vater, ich hoffe, ich falle nicht. Na, die Indi. Millionen Kilometer hier lieben mich los. Nicht, dass er mich Millionen Kilometer in Höhe loslässt. Name auf Gott, Name auf Gottliebe und Name auf Gottart. Nach vor Gott, nach vor Gottes Liebe und nach vor Gottes Herz. Ich sagte, komm her. Er sagte, komm her, Christa. Und sie sagte zu mir, aber mich nicht loslassen. Aber bitte mich nicht loslassen, sagte sie zu mir. Ja, ihr sitzt im Flugzeug, da habt ihr auch ein bisschen Schutz dort, oder? Wenn ihr im Flugzeug sitzt. Aber wenn ihr außen seid, dann hat jemand gesagt, okay, du kannst in Kanada, aber du kannst nicht außerhalb der Flüge fliegen. Ich stelle schon vor, ihr sagt, okay, ihr könnt nach Kanada fliegen, aber euer Platz ist außerhalb auf dem Flügel. Willst du immer noch Kanada fliegen? Außerhalb der Flügel? Draußen an dem Flügel? Wer wird draußen sitzen? Niemand. Auch der Kühtmann. Und dann haben sie etwas, was so schmerzhaft mit mir gemacht hat. Und sie haben dort mir etwas so schmerzhaftes zubereitet. Nämlich waren in diesen Dimensionen Messer, die dort herumgeflogen haben. Viele, zahllos. Und wenn du da durchfliegen wolltest, dann werden sie dich zerschneiden, wenn ihr kein Licht habt. Ja, er hatte Dunkelheit. Klarheit, aber kein Licht. Und Christa auch nicht. Ja, okay, ich halte sie fest. Okay, wenn diese Knie uns an ein paar Mal verletzen, dann gehen sie durch meine Licht. Aber was ist meine Christa? Und was ist meine Juni? Und das Problem war, wenn ich da durchfliege, diese Messer können mir nichts anhaben. Aber was ist mit Christa und Julian? Sie werden in Stücke geschnitten. Und es gab zahllose, dieser Messer, die in dieser Dimension herumgeflogen sind. Und es gab zahllose, dieser Messer, die in dieser Dimension herumgeflogen sind. Hä? Und es gab zahllose Messer. Sie haben sich gedreht wie so ein, Mama, damit kennst du dich doch aus. Wie ein Propeller, wie eine Kreissäge. Wie eine Kreissäge, yes. Und Christa sagte, lieber Sahil, ich vertraue dich, ich vertraue dir. Aber wenn in der Luft ich zerschnitten werde, was machen wir dann? Jetzt kam Julian. Er hat ihm ganz genau zu. Yes. I trust you. Julian sagte, ich vertraue dir. Aber ich bin mir ja nicht so sicher, weißt du. Aber ich vertraue dir, ja. Aber du weißt ja, was du machst. Ich sage dir ganz ehrlich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich hier mache. Ich nehme auch ein Risiko hier. Ich versuche hier zick-zack rumzufliegen, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. If these knives are moving, maybe they cut your peanut, I don't know. I have no guarantee. Und wenn dieses Messer hier sich bewegt, vielleicht schneiden sie dir dein Allerwertestes ab, aber ich weiß es nicht. If they can cut your one eye, I don't know. Und wenn sie ein Auge rausgeschnitten wird, ich weiß es nicht. Or hand, or one feet, I don't know. Oder eine Hand oder ein Fuß, ich weiß es nicht. Now you see what Jesus was saying. Wisst ihr jetzt, was Jesus gemeint hat? If your one leg is not helping you to go to kingdom of God, cut this leg. Wisst ihr noch, als Jesus gesagt hat, wenn euer einer Fuß nicht hilft, damit ihr ins Paradies gehen könnt, dann schneidet es ab. Lieber geht mit einem Fuß ins Paradies. If one eye is not helping you, take this eyes. Und wenn ein Auge euch nicht hilft, dann schneidet es raus. Better go one eye in paradise. You see that? Geht lieber mit einem Auge ins Paradies. Und diese Situation kam. Aber sie haben etwas sehr Schlaues gemacht. Bevor sich diese Messer angefangen haben, haben sie uns ein Abschiedsgericht gezaubert. Leckeres Essen. Ihr kennt das doch, wenn man auf Wiedersehen noch mal so ein kleines Essen hat. Aber Christa wollte nichts essen. Ja, weil sie weiß, was danach passieren wird. Aber Julian sagt, aber Essen ist sehr lecker. Vielleicht einmal kann ich mal Essen für das nächste Judgment. Aber ihr kennt unseren Julian. Julian hat gesagt, das Essen schmeckt lecker. Einmal ist Kalmar, da kann man noch mehr essen, bevor wir da durchgehen. Und in so einer Situation, ich wollte sie tragen. Aber ich habe herausgefunden, ich kann sie nicht retten. Weil es waren zu viele Messer, dass ich sie ja jemals hatte, sicher durchbekommen können. Und sie haben mir nicht vertraut. Die Engel haben mir nicht geholfen. Die Engel haben mir nicht geholfen. Die Blauen Wesen haben mir nicht geholfen. Niemand hat mir geholfen. Aber wenigstens habe ich dafür gesorgt, dass sie gutes Essen bekommen. Wenn sie gefallen, der Engel fragt mich, wirst du sie nicht mit dir mitnehmen. Ich weiß, dass sie in Stücke geschnitten werden, wenn sie das machen. Denn sie haben immer noch Dunkelheit in sich. Klarheit, aber Dunkelheit. Und deswegen habe ich sie dort gelassen. Und ich ging dort hin zurück, wo ich zahllose Seminarzentren im Paradies zahle. Ich habe mich so in den Hinn gesetzt. Und ich weinte im Paradies. Im Paradies, wo euch eigentlich alle Sorgen weggenommen werden sollten, weinte ich. Und du weißt, was sie zu mir sagten? Sie sagten zu mir, weinen kannst du, wenn du zurück in deinem Körper bist. Aber wir haben noch viele geistige Reisen vor uns, die du erfahren und aufschreiben musst. Und so kam ich zurück als Mann mit gebrochenem Herzen. Ich setzte mich hier hin. Und ich kam zu Christiane rund und sagte zu ihr, guten Morgen, sag mal, wie viele Geschichten hast du eigentlich jetzt aufgeschrieben? Und sie sagte dann zu mir, ich sitze seit Tagen an einer Geschichte. Ich komme nicht weiter. Ich verstehe es nicht. Du musst dich hier mit mir hinsetzen. Setz dich hier ein paar Stunden hin, damit ich es verstehe. Und jetzt habe ich so einen Stapel an Reisen mit Gott, die ich noch alle sprechen muss. Und ich muss mich trotzdem mit Christiane stundenlang hinsetzen, damit sie es auch schreiben kann. Es ist kein Leben. Es ist das Leben des Messias. Und dann ist keine Hilfe. Und so ein Leben ist das Leben des Messias. Und dann ist keine Hilfe da. Jeder möchte seine eigenen Sachen machen. Und wenn der Messias sagt, der Messias hat sich... Aber der Messias ist jemand, der zehntausend Sachen von Gott aufnimmt und sagt, Ja, Vater, das kann ich machen. Und wenn ihr also eure Kinder liebt, eure Enkelkinder, dann, um sie zu retten, müsst ihr dem Messias helfen. Gott segne euch. Ich bin fertig. Danke. Danke. Danke so much. Danke, Papa. Maybe, Christiana, you can take this story like this, because I have no other thing to do with me. Because I have no other thing to do with me. And then I'm going to take one day again. Okay, you can ask me questions. Okay, you can ask me questions. Also, next Sunday, there will be Seminar. Yeah, Seminar is another topic about God. Very nice, very nice. Yeah, nächste Woche ist Seminar, das wisst ihr. Im Seminar sprechen wir dann über andere Geheimnisse Gottes. I'm finished. Okay. Where is Moses? Hier unten. Okay, Moses, you have to go to Berlin. Moses, ja. You have to go to Berlin. Ja. Simon auch, ja. So, you can prepare. Ihr könnt euch vorbereiten. Ich mache das hier. And I say you goodbye. Okay, you can ask me. Ich sage euch tschüss. Und ihr, der Rest, könnt mir jetzt Fragen stellen. Wo ist denn dein schönes Seminar nächste Woche? Marion? Edersee. Edersee. Fühl. 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 Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt oder stimmt nicht? Ja, stimmt. Ja, stimmt. Freitag kann man kommen, aber... Freitag könnt ihr kommen, aber los geht's am Samstag bis Sonntag. Freitag machen wir immer für die Technik. Technik oder allgemein? Ja. Ich habe aber im Haus keine Schlafplätze mehr, ist alles voll. Alles voll. Ja. Ich werde nächste Woche in die Schweiz fahren, für eine Woche. Okay. Okay. Oder... Okay. Wo gehst du in die Schweiz? Wo habe ich Seminar gegeben? Schweiz. Ja, ich gehe in die Schweiz zum Norman, der ist umgezogen. Und dann werde ich die Schweizer alle nochmal zu ihm holen und nochmal fragen, ob sie jetzt mitmachen wollen oder nicht mitmachen wollen. Okay. Okay. Ich war gestern in Straubing in Bayern und hatte auch ein sehr gutes Seminar und mal schauen, wie viele Menschen das Buch jetzt in die Hand nehmen. Das werden sie morgen bekommen. 20 Bücher hat der Stefan nach Straubing geschickt und morgen werden die dann verteilt. Die waren sehr inspiriert und würden gerne mehr erfahren. Mal schauen, ob sie wirklich einmal das Buch lesen werden. Okay. Wenn du gehst, wenn du gehst, sag ihnen, dass ich der Messias bin und dass ich für Gott gehe. Und dass ich ihnen die Offenbarung über Gott gebe. Dass ich das offenbare. Ich bin kein Wissenschaftler. Ob die Erde sich jetzt bewegt oder sich nicht bewegt, ist nicht mein Problem. Ja, Guido? Verstanden, Guido? Ja. Und was auch immer Gott in Wissenschaft und Spiritualität offenbart hat, das habe ich offenbart. Da gibt es keine Diskussion um dieses Thema. Ich habe jetzt 100 Bücher, die über Gott erzählen, also bitte, Sie sollten weitergehen, aber nicht die Mission zu verlassen, weil die Erde nicht bewegt. Ja, und ich habe hier 100 Geschichten, ja, die warten, und dass ihr die Mission verlässt, um ein so dummes Thema, ob die Erde sich jetzt bewegt, ob sie rund oder eine Scheibe ist, ist dumm. Ja, absolut. Ja. Absolut. Ich habe denen auch ganz klar gesagt, dass es geht nur um eine Geschichte und das ist Gott und es spielt keine Rolle, ob die Erde eine Scheibe ist oder eine Banane, habe ich gesagt. Das ist vollkommen wichtig. Ja. Wichtig ist, dass wir Gott erfahren wollen. Und Sie sollen darüber nachdenken, wie viel Zeit der Messias ihnen geschenkt hat. Ja. Er kam in die Schweiz, hat ihn einen Vortrag gehalten, wo er noch nicht mal auf die Toilette kam, weil die Toilette eingefroren war. Ja. So, please, you know what to talk with them. Du weißt, worüber du mit ihnen sprechen sollst. Alles klar. Dankeschön. Ich gebe denen alle Lichtohrfeigen. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Okay, noch jemand, der eine Frage stellen möchte. Der Harald möchte eine Frage stellen. Also, wer ist Stefan? Stefan? Wo ist Stefan? Der ist da unten. Also, du hast es ihm geschickt. Du hast es ihm geschickt. Sehr gut. Gott segne dich. Gott segne dich. Ja, okay. Okay. Hartmut. Mikrofon aufmachen, Hartmut. So, ihr übersetzt ja bitte auf Englisch. Yes. Du hast heute darüber gesprochen, dass die anderen Messiasse aus den anderen Religionen dich gebeten haben, zu offenbaren. Julian, kannst du den Drucker bitte ausschalten? Nein. Ja. 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 So. Das habe ich gesagt. Daraufhin sind unsere Mitglieder ermutigt worden und vor allen Dingen auch Wolfgang und sie haben die Gespräche gesucht mit den geistigen Führern. Und, according to this, our members became motivated and looked to speak with spiritual guiders of Christianity, priests, etc. Worauf ich hinaus will ist, dass die Unterstützung zugesagt worden ist bei deiner Arbeit, aber bis jetzt haben wir kein Resultat von den Messiasen sehen können, insbesondere auch von Jesus. Hat Jesus dir ein falsches Versprechen gegeben? Nein. So, and now, since then, we have seen no result, no priest is here, no one is here, so did Jesus give you one wrong promise, that he will help you? Nein, but I give you the answer, but you complete please. Ich gebe die Antwort gleich, aber du, hast du noch was zu sagen, Hartmut? Das war die Frage. Nein, das war die Frage. Okay. Zahid, darf ich sagen, warum? Nein, lass mich die Antwort zuerst geben. Nein, sie haben mir keine falschen Versprechen gegeben. Aber in der geistigen Welt ist die Situation sehr verwirrend, von Dimension zu Dimension zu Dimension. Wenn diese Propheten und Messiasen losgehen, die Versprechen erfüllen wollen, das habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich habe mich mit meinen Augen gesehen, dass Jesus mit Wolfgang und anderen Mitglied waren, wenn sie mit dem Buch waren, die Kirche waren. Wer war da? 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 Es gingen mehr Leute in die Kirche, nicht nur Wolfgang. Ja, ich war auch da. Sander war da. Ja, am Anfang. Jesus war da. Jesus war dort. Ja. Okay, und er versucht zu inspirieren. Aber wie weit die Priester diese Inspiration annehmen, die andere Sache ist in der geistigen Welt. Dort gibt es viele Verwirrungen. Und das, was 2000 Jahre schief gelaufen ist, das braucht Zeit nun, um es wieder auf den richtigen Pfad zu leiten. Und das ist, was hier passiert und deswegen braucht es so viel Zeit haben. Aber sie stecken ihre Mühen dort rein. Es ist nicht so, dass sie faul rumsitzen. Und Mohammed kam zwar vielleicht nicht und die anderen Propheten, aber zum Beispiel sehe ich Jesus hier regulär, dass er immer wieder sitzt und diesem Vortag zuhört. Mohammed schickt seine Repräsentanten. Und das ist die gesamte Situation. Jetzt kannst du sprechen. Jetzt kannst du sprechen. Kann ich auch eine Antwort geben. Ja. Wo ist Hartmut? Da oben. Hartmut, ich habe auch noch eine Botschaft für dich. Wenn du wissen willst, wo die Propheten arbeiten, dann musst du einfach nur hier auf unser TikTok oder Instagram oder sonst wo gehen. Da siehst du jeden Tag tausende, da siehst du jeden Tag tausende, tausende Leute. Hier. Muss nur jemand kommen, der sich mal beteiligt. Und ich wollte sagen, wir haben jetzt über 50.000 Impressionen in einem Monat gehabt und wir haben jetzt auch viel Werbung in New York geschaltet und teilweise auf Facebook vor allem antworten die Leute. Und unser nächster Plan ist für Mohammed Werbung in Dubai zu machen, dass auch die Leute, die in Katar und überall Geld haben, dass die in Kontakt kommen. Und bisher läuft alles gut. Ich wollte nur noch mal ein Wochen-Update geben. Jetzt ist ja schon unsere zweite Woche, seitdem wir Werbung schalten. Und ja, vielleicht kann Julian auch noch mal was sagen. Ich würde auch noch gern was sagen. Du bist gleich dran. Einen Moment. Weil ich muss gleich gehen für die Mission mit Moses nach Berlin. Julian? Ja, ich habe vor allem aus der christlichen Ecke sehr viele Reaktionen oder auch Gegenreaktionen zu den Videos, die wir gepostet haben, mitbekommen. Und einige von denen haben auch Diskussionen dann angefangen. Und ich habe das Gefühl, dass wir da einen sehr sensiblen Nerv auch treffen. Ich kann dir auch mal die Zahlen sagen. 1.000 Videos, 1.000 Klicks, 1.000 Klicks, 15.000 Klicks. Insgesamt, wenn man die Dings ausschaltet, dann sieht man, dass im Schnitt 10.000 Leute sich das anschauen. 6.000 Leute gehen auf die Sachen. Wir haben sehr viele Kommentare. Und auch Priester melden sich bei uns. Also da hast du doch deine Priester-Hartmut. Das Problem ist, ihr kommt nur sonntags in Zoom und das war's dann. Also wenn ihr aktiv, ihr müsst ja nicht mal in dem Sinne auf die Straße gehen, ihr müsst nur euer Handy in die Hand nehmen, das hat ja jeder von euch. Einfach ein bisschen aktiv werden und dann wird das schon. Das ist der einfachste Weg heutzutage. Aber wir machen weiter und da werden sich viel mehr Leute und Messias und Gottes Herz hat jetzt schon sehr viel Geld für Werbung ausgegeben und das ist sehr fruchtbar bisher. Ja, das Problem, das einzige was wir jetzt haben, das Problem, wir sind zu wenig Leute, um auf alle Nachrichten zu antworten. Hier an einem Tag kriege ich teilweise über 300 Nachrichten. Allein nur TikTok, jetzt haben wir noch Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Also wir müssen clap und cheater. Das ist sehr aktiv. Also I said all members should make their phone active and they should give answer. Und einige Leute, bin ich in Kontakt, die sind jetzt auch bereit in Zoom zu kommen, von überall aus der Welt. Und dann kommen neue Leute, aber ihr müsst ein bisschen Aufwand geben, damit die auch kommen. Ihr müsst kurz schreiben und ihr müsst, weil sonst funktioniert das nicht. Bei euch haben sich auch Leute mir gegeben, dass sie es hierher geschafft haben. Und jetzt ist eure Zeit. Ich bedanke mich, ich muss jetzt gehen. Viel Segen und wir sehen uns am Freitag. Wer kommt zum Seminar? Ja. Ja und bevor ihr gehen, ich will zu sprechen. Ja. 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 Also es gibt viele Leute aus der christlichen Seite. Ja. Und jetzt machen wir Werbung in Dubai. Ja. Das nächste Mal machen wir Werbung in Dubai mit Videos über Mohammed. Ja. Ok, jetzt kannst du sprechen, Guido. Ok, Guido, jetzt kannst du sprechen. Okay, ich werde eingeladen nach Chetta und nach Bahrain von meinem Freund, den ich vor über zehn Jahren kennengelernt habe, der Hassan Ali bin Sharif. Der möchte mich in Chetta kennenlernen und wir bräuchten aber eine arabische Übersetzung dieses Buches. Gibt es die jetzt mittlerweile? Kannst du machen. Er sagt dir an den Weg und du musst machen das. Ja, Julian, kannst du ihm sagen, wie es geht? Kannst du erzählen dem? Und dann gibt es zum Beispiel eine schnelle Übersetzung. Ja, ja, das weiß ich. Ich kann das auch machen mit der KI, aber ich bräuchte einmal ein Wörterdokument, was wirklich ein Wörterdokument ist. Dann kann ich das alles selber in jeder einzelnen Sprache, da brauche ich keinen dazu. Mir geht es nur darum, dass das dann auch von einem gelesen werden muss, weil die KI kann das auch nicht 100% richtig schreiben. Julian ist die Repräsentative. Er macht das ganze Wörter und er kann das hier kontaktieren. Kontaktiere Julian, du machst das mit ihm ganz schnell. Da suche ich die ganze Zeit schon. Der Julian soll sich mal bitte melden. Ja, Julian melde dich mal. Ja, machen wir. Ja, okay. Und dann habe ich noch eine Frage. Ich bräuchte ein paar Bücher hier bei mir in Köln. Ich habe gar keine Bücher, ich habe keine Flyer. Ich kann gar nichts machen, außer reden. Und ich rede jeden Tag von der Mission. Ich spreche mit Stefan, weil er hat die Idee. Stefan hat mir schon welche geschickt nach Bayern runter. Die sind morgen da. Guido, wir reden darüber dann nochmal später, ja? Vielleicht, du kannst, weil ich sage dir, jeder Penny, jeder Cent. Wie viele Bücher? Sieben, acht Bücher. Ich mache jetzt sieben, acht Bücher, oder Christiane? Und jedes Buch, ich muss... Müssen wir drucken. ...hundert Kapitel drucken lassen. Ja. Hier liegt für 20.000 Euro. Ich brauche jeden Cent. Und diese Bücher haben meistens gehen in die Library für die Sicherheit. Und ja, Gott weiß, ich gebe jeden Cent. Was egal, ich kriege oder was ich habe, ich investiere alles da. Okay? Christiane möchte mit mir auch mal bitte sprechen. Ich versuche euch immer anzurufen, und es geht keiner ans Telefon. Ich weiß, dass ihr alle beschäftigt seid, aber bitte meldet euch doch mal bei mir, weil ich würde gerne mehr Informationen abgeben, aber das funktioniert nicht, wenn wir nicht miteinander sprechen. Ich habe mit dir... Okay, ich spreche dieses Thema nicht, aber ich kann dich ja nochmal sprechen. Ja, bitte ja, ich bitte drum. Okay, nächster. Jemand noch eine Frage? Ja, Prof. Dr. Atha. Ja, oder zumindest, wenn die Leute nicht so viele spirituelle Erfahrungen haben, dann können sie die Views über eure Übungen, als deutschen Georgien Mitglieder. Also können wir sie auf unsere YouTube-Kanäle aufbauen. Und Atha fragt wieder, er braucht wieder neue Kurzvideos von euren geistigen Erfahrungen. Die solltet ihr ihm bitte zuschicken. Und wenn ihr gerade nicht so viele geistige Erfahrungen habt, könnt ihr auch einfach Videos über die Lehre von Messias machen und darüber ein wenig reden. Und er bittet nochmal, auch alle europäischen Mitglieder, den Kanal von Atha zu abonnieren. Das ist relativ wichtig, damit er Werbung schalten kann, aber auch Werbung stellen kann, weil du brauchst eine gewisse Anzahl von Abonnenten, damit ihr Werbung machen könnt. In that case, the extremists, they won't be able to destroy, hack or block my channel. Genau, und wenn ihr an einen gewissen Punkt in der Größe bei YouTube antommt, dann habt ihr besseren Schutz darüber, dass eure Channels gepflegt werden. Das bedeutet, dass sie auch den Kanal kaputt machen. Ja. Thank you, thank you so much. Bitte schön, also bitte alle jetzt einmal kurz das Handy nehmen und Atha's Kanal abonnieren. Das könnt ihr jetzt mal. Call me back, please, on the phone. I have to speak with you on two hours. Heute will ich sprechen, aber ich rufe dich. Er redet gerade mit Atha. Okay, Atha, okay, sorry, sorry. Für Stefan, ich rufe zwei Leute, Simon und Moses, für das Boxen, damit sie eine weltweite Lizenz jetzt bekommen. Du weißt darüber, Schredi, ja? Okay. Okay. Ich würde gerne auch mit dir, ich habe, ah, das ist super wichtig, wichtig, bitte lasst uns sprechen. Ich habe so viele Informationen auch über Boxen bekommen gestern. Ich habe, also bitte, wir müssen sprechen. Du sprechen mit dir, die Boxen, die machen, wenn es geht. Moses ist da, Simon ist da. Ja. Komm einfach zum Seminar nächste Woche. Weil, die macht... Ich bin in der Schweiz. Ich bin die ganze Zeit nur auf der Bahn. Ich kann nicht nach, zu euch kommen. Das ist nicht möglich. Okay, aber Moses und Simon kannst du sprechen. Ja, du kannst sie einfach anrufen, deren Nummern hast du. Weil, die gehen jetzt überall die Welt mit Noah. Ja, jeden habe ich versucht anzurufen. Es geht keiner ans Telefon. Vielleicht ist meine Telefonnummer gesperrt. Ich weiß es nicht. Die organisieren das. Okay, ich kümmere jetzt, wenn wir gehen in Berlin und ich sage, der muss mit dir die Richtung Kontakt haben. Ja, ich mache das. Okay. Aber jetzt bitte noch einmal, gibt es noch Fragen? Ich hätte noch eine Frage. Ich weiß aber nicht, ob es vielleicht jetzt zu lange braucht. Die ist aufgetaucht, als ich zusammen mit Claudia und Anke nochmal im Roten Buch gelesen habe, die Entwicklungsstadien von Gott und seine Wesensarten. Und zwar sprichst du da auch von der Entstehung des Blauen und des Goldenen Lichtes. Und es ist die Rede davon, dass das blaue Licht die positive Subjektposition einnimmt und das goldene Licht die negative Objektposition. Und es war die Frage, was ist mit positiv und negativ gemeint an der Stelle? Das kommt im Seminar. Das kommt im Seminar. Ich möchte nicht eine Stunde weiter. Nicht nochmal eine Stunde weiter. Aber ich gebe mir Spisse und dann eine Stunde lege ich mir wieder. Das ist eine schöne Frage, weil die habe ich Papa auch mal vor zehn Jahren gestellt. Seminar, ich muss schreiben und fragen. Now you're giving me one injection and I go one hour later. Jetzt habt ihr mir gerade eine Spritze versetzt, wenn ich nochmal eine Stunde anfange. Yes. Auf Seminar, you people don't ask me. Okay, auf Seminar stellt ihr die Frage. Jürgen, merkt ihr die Frage, stellt sie ganz genau. Yes, we left everything. Auch an alle von euch, wenn ihr jetzt größere Fragen habt, stellt sie. Yeah, for Seminar. Okay, und dann würde ich sagen, beten wir jetzt. Okay, okay, alles klar. And I want to offer to talk to you for short. I will call you, Stefan. Stefan, jetzt. Yeah, I will call you. Stefan, ich rufe dich an. Alles klar, kann ich beten? Okay, kann ich beten. Okay. Dankeschön. Most beloved and beloved and beloved heavenly Father. Meist geliebter und geliebter, geliebter himmlischer Vater. Ich sage immer. Mein Gebet, meine Opfer, mein Tod und mein Leben, die gehören zu dir, Gott. Als Kind, als ich meine Augen öffnete, gabst du mir all die Antworten. Du warst noch lieblicher zu mir als der Sufismus. 900 Jahre lang versuchten meine Vorfahren ihr Bestes, aber sie haben es nicht geschafft. 12.000 von ihnen wurden umgebracht. 12.000 von ihnen wurden umgebracht. Wegen, genau wegen dieser barbarischen Lehre Mohammeds. Und als du zu mir sagst, dass ich die Frucht des Sufismus bin, da habe ich das verneint und gesagt, nein, ich bin die Frucht von dir, Gott. Dann auch ich fühle ein gebrochenes Herz darüber, dass meine Vorfahren nicht offenbart haben, was sie hätten offenbaren sollen. Sie hätten ihre islamische Welt verlassen können. Gott, das Erde ist zu groß, es gibt genügend Plätze auf der Welt. Aber sie haben Fehler gemacht. Sie haben sich in diesem islamischen Bereich vermischt und haben den Sufismus mit dem Islam zusammengeführt. Und so hat Gott sie verlassen. Und du warst so süß und lieblich zu mir. Du bist der Schöpfer und du sahst vielleicht etwas mehr Hoffnung in mir als in meinem Vorfahren. Und alles, was du über mich gedacht hast, trat in die Realität. Ich habe keine Kompromisse eingegangen. Und als ein alter Mann gehe ich immer noch keine Kompromisse ein. Und ich offenbare das, was du mir gesagt hast. Und das ist die Grundlage für das Königreich des Herzens von Gott. Warum nennen wir uns die Eine-Welt-Familie? Eine Welt-Familie ist ein kleiner Kreis von Gottesliebe. Und eine Gesellschaft ist ein größerer Kreis als Familie der Welt. Und die Nation ist noch ein viel größerer Kreis der Eine-Welt-Familie. Und jetzt am Ende meiner Tage beschäftige ich mich weltweit mit der Eine-Welt-Familie zentriert auf Gott. Ich bete, dass alles, was ich offenbare, im Format eines Buches herauskommt. Und so werden die zukünftigen Generationen genügend göttliches Wissen und Geheimnisse haben, um das Königreich Gottes damit errichten zu können. Himmlischer Vater, hilf uns, lass dein Wind unsere Flügel aufkleiden lassen, sodass deine Nachricht die gesamte Welt durchquert. Wie glücklich würde ich sein, wenn ich die Welt in dem Feuer deiner Liebe tränken könnte. Ich weiß, dass das 21. Jahrhundert eine sehr besondere Zeit ist. Und seit dem 20. Jahrhundert bereiten wir das vor, damit das 21. Jahrhundert zu Gott gehören wird. Vater, ich weiß, ich kenne diese Mitglieder, und sie tun so viel, wie sie können, ihren Anteil erledigen. Aber gut und gut genug sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ich versuche, dass wir uns mehr Mitglieder, die so spezial sind, die ihre eigene Leben für dich verbreiten können. Also schick uns mehr Mitglieder, die so besonders sind, damit sie ihr ganzes Leben für deinen Willen geben. Hingeben. Danke, Vater, dass die Goldene und die Blauen Wesen und andere Kreationen langsam kommen, langsam zu Beginn, um diese Erde zu inspirieren, dass die Welt Gottes zu erinnern sollte. Und danke, himmlischer Vater, dass die Goldenen und die Blauen Wesen in einem langsamen Prozess auf diese Erde kommen, um diese Menschen zu inspirieren für dein Königreich. Das bete ich, im Namen meiner meistgeliebten himmlischen Eltern, dem einzigen Gott, der alles erschaffen hat, im Namen von Gottes Liebe, und im Namen von Gottes Herzen. Amen. 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 Thank you so much. Thank you so much. Okay. How much time do I have for the next seminar? Wie viel Zeit habe ich bis zum nächsten Fachhag-Atta? Huzur, as much do you need half an hour be enough? Half a hour be enough. Half a hour be enough. Yes. Thank you, thank you. I call you Gido today. Ich rufe dich heute an, Gido. When I finish here at the seminar, und Stefan, ich rufe auch mit dir. Und mit mir. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Alles Liebe und...